Hoi Kanal, ich bin jetzt heute kein Lied mehr gebraucht, keine Geschichte, mehr ein Gedicht. Ja, ein Gedicht, das ist schon ein bisschen wie eine Geschichte, aber erzählt eine Reimform. Wenn das dann noch reimen, dann ist das ganz einfach. So wie wir da die Welt selbst klingen, die reimen. Zum Beispiel, Hus, Nuss, Maus, Haus oder Kant, Zart. Aber wenn ich den vier dann noch Sätze mache, zum Beispiel, und wo er mal Kant, Ma dengem, Wappelzand, dann ist das schon ein kleines Gedicht. Der Gedicht da, es ist schon ganz, ganz viel beschrieben, gelangen Gedicht da, oder ganz kurze, traurige Gedicht da, oder Liebesgedicht da. Von den Frauen, da kann ich dem zum Beispiel ein Gedicht schreiben. Und ich habe schon mal für erst ein witziges Gedicht am Falle gelöst, und dann habe ich die Bilder dabei gemalt, und das gucken wir uns noch an. Viel Spaß! Es war ihm wohl, es war ihm wohl ein Mück, oh, die lucht ganz gär um Rigg. Es war ihm wohl ein Wal, oh, dem war er immer kahl. Es war ihm wohl ein Spatz, den hat ein blinkisch Glatz. Es war ihm wohl ein Schauf, der hat sich, oh, verschläf. Es war ihm wohl ein Frisch, mit Leser an der Tisch. Es war ihm wohl ein Moet, die war drei Mal bestuut. Es war ihm wohl ein Flou, so schwer wie ein Kuh. Es war ihm wohl ein Fuss, mit einer Schicka-Bloos. Es war ihm wohl ein Arf, der war nicht immer brav. Es war ihm wohl ein Hund, der war gar weit geflogen. Es war ihm wohl ein Geis, vom Meckere ganz Hees. Es war ihm wohl ein Bier, mit Fallen an der Stirn. Es war ihm wohl ein Schlag, die hat sich ganz verfangen. Es war ihm wohl ein Kaut, mit einem riesen Schnauz. Es war ihm wohl ein Maus, Gedicht, der das lohnt aus. So, Connor, das war euch das Gedicht. Ich hoffe, dir hat es gefallen, und vielleicht wird euch auch Lust, kriegt du ihm ein bisschen zu räumen. Wenn ihr will, könnt ihr mir gerne ein Klanggedicht schicken. Das kann auch Plätze, wo ihr es sehen, vielleicht könnt ihr aber auch Robana Sprüche räumen, ob Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch oder was auch immer. Es ist die Gestalt, wie sie stattfindet. Adi, bis die nächste Kölner. Untertitelung des ZDF, 2020